Ja, Huhu hier wieder beim Koali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare und wir spielen heute auf der Seite der Pflanzen und zwar mit der Standarderbse. Die habe ich Ewigkeiten nicht mehr gespielt, also fast seit Anfang, als ich das Spiel neu hatte, nicht. Fristet so ein bisschen das Dasein von normalen Standardcharakteren, unterschätzt, ungeliebt, in den Hintergrund gestellt, aber es hat sie nicht verdient, denke ich. Standarderbse soll ganz gut sein, ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich spiele sie ja selten. Und hier geht's sofort los mit dem Wissenschaftler, der hier möchte, dass wir ihn vermoppen. Ich muss Heilstationen zerstören hier, deswegen mache ich das hier gerade. Und hier ist der Teleport. Na komm, ja gut, wenigstens den noch gekriegt. Aber der Zombot hat uns zerstört. Ich finde, vom Schaden her, ist okay, die Standarderbse läuft. Aber wir haben hier... Ah ja, wir sind wahnsinnig in der Unterzahl. Ich hoffe, das legt sich während dem Spiel noch. Da hinten ist wieder ein Ingenieur. Das haben wir vorbeigebunnyhoppt. Zehn Schaden reingedrückt. Wir sind eh fast tot. So wird der nächste Zombie, der uns über dem Weg läuft, der wird uns töten. Da ist wieder eine Heilstation. Sehr gut, haben wir zerstört. Und der normale Zombie tötet uns. Oh nein, doch, der Ingenieur. Auf jeden Fall mal schon fast wieder beim Achievement hier gewohnt. Auf jeden Fall wissen wir jetzt auch, wo denn der Teleport ist. Ich glaube, den gehen wir auch mal verteidigen. Weil... Ich glaube... Na gut, ich glaube nicht, dass wir das groß schaffen. Stopp! Hier, nimm ne Bohne. Boah, die holen aber auch Zombies ohne Ende hier. Ich komme gar nicht dazu, den Teleport zu verteidigen. So, den haben wir. Da ist schon wieder eine Heilstation. Den muss ich zerstören. Und ich treffe noch nicht meine Heilstation. Das ist gruselig. Aber ich habe das Achievement geschafft. Ich habe dafür auch nur mit meinem Leben bezahlt. Ich glaube, das wird eine schnelle Runde. Boah, wir sind so dermaßen in Unterzahl. Toppt ja schon fast die Folge Koali gegen alle, wenn ihr die gesehen habt. Wo übrigens auch Dia als Antidote dabei waren kurz. Nachdem er in den Dia-Clan aufgenommen wurde. Und jetzt ist er ja inzwischen Leader, ne? Bist du bescheid. Wenn ihr das ganze Zeug überhaupt kennt. Weil ich davon ausgehe, die meisten die meinen solche kennen. Den guten Dia-Clan auch. Boah, ich schieße hier in einer Tour daneben. Dabei hat die Standard Erbsenkanone anscheinend so Koala-mäßig... Boah, falsche Taste gedrückt. Ähm, schon so'n schönen Splash-Schaden. Genau was für mich. Wenn ich nicht zielen muss. Ah, ich hasse Wissenschaftler. Wenn ich sie gegen sie spielen muss. Und hier eine Bohne, die rockt doch da jetzt bestimmt. Uuuuh, ich glaub die hat wirklich gesessen. Die hat gesessen. Die Kicks of Doom haben wir getötet. Die Giulietta haben wir getötet. Die Giulietta, übrigens glaub ich, den Spieler Level 200 noch was. Wenn ich das soeben richtig gelesen hab. So, was packen wir denn hier mal hin? Wir packen hier mal ein Pack-Choy hin. Lange überlegen werden wir nicht können. Weil wir sind ja in der Unterzahl. Dann versuchen wir uns mal so gut wie möglich zu verkaufen hier. So, da hinten lungern sie schon wieder alle rum. Ein bisschen hier reinballern. Ne, damit haben wir nicht gewettet. Weg damit. Spielstation braucht kein Mensch. Da ist ein... Ah ne, das ist... Ah, der hatte so einen komischen Helm auf. Jetzt hab ich gedacht, der wär... Hier einer... Wie hießen die? Centurios. So, heil mich, Sonnenblumen, heil mich. Ich brauche Heilung. Hallo. Da krieg ich nen Nackerm Finn zwischen dem. Und mir. Au, 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 au... Heilblume. So ist die Sonnenblume, da hinten ist die Sonnenblume. Mach die Heilung an. Mach die Heilung an. Heilung Ja Wer schießt denn hier die ganze Zeit mit Flammen nicht? Ist das da irgendwo? Schon wieder fast tot Die Sonnenblume macht hier aber auch ordentlich Ich schieße hier total ins Leere, das ist so Ist der Teleporter auf der anderen Seite? Komm her Der Erbsenagent macht das schon hier hinten Hier hinten haben wir auch in der zweiten Reihe Schön unsere Kakteen postiert Das läuft soweit Der Schnapper an vorderster Front Also die Aufteilung ist schon okay Denke ich Da ist der Typ der immer Feuerschaden macht hier So, wir haben mal gekriegt Sind aber allerdings jetzt wahrscheinlich auch tot Ja, oh, drei Ingenieure hier Einer mit Elektro Einer mit Feuer Und einer mit irgendwas anderem Das ist schwer Ich glaube es ist ein Maler Ein Maler So, den kriegen wir jetzt hier Jawohl Und Mal ein bisschen gucken Mal ein bisschen verstecken hier Ich glaube nicht, dass es was bringt Ja, guck mal hier werden wir schon direkt Zerstört Ohne Ende Nur noch zwei Lebenspunkte Ja, und dann sprengen wir auch noch wie ein Nicht wirklich überlebensfähige Erbsenkanone inzwischen Da muss ich mich jetzt gerade selber drüber beöbeln Mal eine eigene Unfähigkeit Ja, komm wir gehen mal hier hinten lang Immer noch Ja, wir sind immer noch Aber wir sind nicht mehr so stark in der Unterzeige am Anfang Das macht jetzt aber auch glaube ich gerade nicht wirklich viel aus Oh, kommen sie schon wieder angejumpt Ah, da hinten ist ein Na komm, ne Er hat uns angezündet Aber wir haben eine Heilblume hier Sehr gut, sehr gut, sehr gut Jumpen wir nochmal da rüber Dann holen wir uns den Kollegen Er ist gar nicht mehr da Da ist er Na komm Scheiße Der Insomnian Der ist auch gut Der hat auch die letzten Runden Die ich nicht mit aufgenommen habe Auch immer ziemlich gut abgeschlossen Hier, der Insomnian Da versucht es einer hinten rum Ah, das hat er aber genau getimt hier Ist die Bohne noch aus? Und Yes Hat ihn erwischt Dina Laina Tut mir ja leid Dina Laina Aber Dafür, dass du den Tackling Sprint so cooler gemacht hast Genau getimt hast Na Ist da ein Maler hinter mir? Zum Bot Der hat aber nicht ich gekriegt Heizstationen im Garten sind immer nicht gern gesehen Geh weg vom Garten Boah, ich brenne schon wieder Es ist echt zum Kotzen Ich ziehe nicht irgendwo Sonnenblumen Und hier sind sie schon wieder im Spähen Doktor zum Bus Da ist der Maler Es wird keine gute Runde von mir Ich brauche ja immer noch so ein Team Was ein bisschen auch irgendwie vernünftig spielt Und mit meiner Nubigkeit klarkommt Ansonsten habe ich da relativ wenig zu melden Ist hier vorne noch ein Topf-Unluft-Planzt Ja, ist es sogar Komm, hier Take this Da kommt direkt die nächste Bohne Sehr gut Maler Diesmal habe ich dich mal platt gemacht So, und da ist ein Nachzügler Komm, den muss ich doch kriegen Ja Jawohl So muss das sein Jetzt sehen wir den nächsten Kollegen Naja gut, es war nur eine Frage der Zeit Dass wir da irgendwie Ach, der Insomnian schon wieder Aber wir haben ihn auch einmal gekriegt Mit seiner Dinowumme So, bei diesem Garten bin ich mir nie ganz sicher Wo man sich am besten hinstellt Hier ist jetzt auch irgendwie noch was frei Was packen wir denn da mal rein Hier ein Feuer Komm, Feuer ist immer gut Allerdings kann der auch nur in die eine Richtung schießen Das ist irgendwie auch total doof Gibt auch noch niemand was reingepackt Die Pflanzentöpfe hier An dem Garten finde ich ein bisschen Semi-optimal So, hier vorne sind sie alle Schleichen wir uns doch mal hier Eine gute Kollege hatte dieselbe Idee Einen Tänzer Boah, wie viele Maler haben wir denn hier Ja, und noch einen gekriegt Sehr gut, sehr gut, sehr gut Gute Stelle hier Gute Stelle hier Ein bisschen hier rumlaufen Da ist der Topf schon wieder nicht besetzt Hier vorne Da haben sie meine Feuerblume schon wieder getötet Laserbeam Da oben lungern sie alle rum Aber die Gifterbse kümmert sich da schon drum So, Zombie erledigt Das kann ich noch relativ gut Zombies erledigen Jetzt müssten sie mal hier Heilstationen Und eine Spähstation Das ist glaube ich schon die dritte Spähstation Die ich hier kaputt mache Zumindest was das angeht Der Elektriker Den haben wir noch nicht mal gekriegt Ist hier denn irgendwo eine Sonnenblume Unterwegs Und irgendwo eine Sonnenblume Wir pflanzen da eine rein Jetzt hier Hier, Heilung Ah, meine schöne Heilblume Es ist aber auch nicht ganz einfach Hier für mich Da ist auch schon wieder irgendwie Da kommt der Maler in den Garten Momentan halten wir den ganz gut Ja, Schild zerstört Und der Insomnian wieder Der hat's auf mich abgesehen Der Insomnian Cooler Name übrigens, finde ich Läuft Läuft, läuft, läuft So, den haben wir Vorlage gekriegt Ihr Kollege Bleibt bei uns Ah, ich wollte gerade die Bohne raushauen Da hat mich der Nutt irgendwelche Nummern Ich finde ja so Nicknames Ich könnte Wo die nur so aus so Zahlenreihen bestehen Ich weiß nicht was das soll Ist das cool? Weiß ich nicht Ah, hier ist sowieso eh verschwendet Hier irgendwas Vernünftigsten zu pflanzen Weil dieser Garten Da fällt immer Sowas von schnell Ah, den haben wir nicht mal gekriegt Ist so schön angeschlichen von hinten Da hinten ist noch einer Da hat sich der Kaktus gerade schon irgendwie drum gekümmert Ist denn der Teleport Ist der auf der Seite? Nicht, dass man den auf In diesem Garten hier brauchen würde Aber Da ist wieder ein Ingenieur Oh, diese Zombot Laser Die sind halt auch Ah, die Bonus noch draußen Sehr schön Kriegt die noch aus Pilonen-Zombie Heil-Zombie Ah gut Nichts besonderes Schade, schade Doof, 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 doof Mist, 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 Mist Das Schweißbrennergewehr, Leute Das Schweißbrennergewehr Der Natürliche Feind Des Koalas Und da schließe ich jetzt Hoffentlich auch den anderen Koala mal mit ein Ah je Und was war es diesmal? Die Dinowome vom Insomnian Gefühlt nur Feuercharaktere unterwegs Beim Gegner Wie sieht es denn momentan aus? Wir haben hier eine relativ volle Lobby Sind immer noch in der Unterzahl Aber dafür Halten wir diesen Garten eigentlich ganz in Ordnung Hier Und wir nehmen auch mal Feuer Oh, erst sterben So Der hat aber auch Der hat 55 Leben Es ist eine schwere Sache Eigentlich Es ist ein hartes Match Ja, ja, ja Komm, holen wir noch eine Bohne rein Hier Oh, er hat auch gesessen General Supremo ist das Und es ist zumindest derselbe, der uns eben schon die ganze Zeit tötet Dessen Namen ich nicht mal aussprechen kann So, hier ist der Teleport Okay Hier hinten noch ein bisschen rein Fläzen Nicht, dass es was bringt Ah, wir haben immerhin 26 Schadenspunkte bei dem Allstar gemacht Der jetzt gefallen ist Hier hinten sind sie unterwegs Jetzt kommen wir jetzt gleich hier Aus dem Rückraum Aus dem Rückraum müsste dein Meeresbiologe kommen Ja, diese Seite wird ganz gut verteidigt gerade Das habe ich so das Gefühl Laden wir mal nach Da kommen sie gleich Haltstation Aber meine Chili-Bohnen-Bombe hat gesessen Zwei gehackten Kicks of Doom Und den Genau Erledigt Wir gehen mal hier durch Na, komm Runter Durch den geheimen Geheimgang Der gar nicht so geheim ist Dann wieder hier Wo wir eben hin waren Das war nämlich ganz Ganz cool hier Hier ist auch schon die Gifterbse Und da ist der General Supremo Der sich jetzt mit der Gifterbse Erstmal auseinandersetzen muss Und da ist auch schon wieder So ein ekliges Schweißgewehr Und das machen wir uns Zunutze und töten das doch Ja, das sieht ganz gut aus Mit dem Verteidigen hier Obwohl der Gegner noch relativ viel Zeit hat Aua Lass doch mal unsere Kornmörser in Ruhe hier So, hier Ohne Oh, nur eine Vorlage Ist das der Insomnihan schon wieder da hinten? Neee Nein, das ist der Auch wieder so ein Name Wo ich mir denke Okay Aber vielleicht denken das andere bei meinem Namen auch Man weiß es nicht Man weiß es nicht Zumindest ist meiner niedlich Behaupte ich jetzt einfach mal so Na komm Ja, wollte ich gerade sagen Das wäre jetzt ein Wunder gewesen Wenn du das überlebt hättest So, hier Junge Das war's für dich Das war's für dich Na, schaffe ich einen Zweikampf gegen den? Nein, nicht gegen drei Leute Mich hast 0-3 Herzlichen Glückwunsch für diesen Kill So Dann geht es jetzt wohl Eher darum Hier die Innenseite zu halten Eigentlich ist mir das ein Tick zu früh Wenn ich das mal zugeben darf hier Da kommt jetzt gleich ein Allstar rein Ist das nicht der mich hast? Keine Ahnung Ich habe jetzt gerade nicht die Zeit zu gucken Hier eine Heilblume rein Ich muss nämlich Heilung Und da Ein Schweißbrennergewehr Da ist er hin Ah, hier kommt gleich wieder irgendwer Na, kriegen wir den noch Bevor das Spiel aufhört Ja Abschlussserie haben wir auch beendet Sehr gut Das ist immer gut Obwohl, das muss ja nichts heißen Das kann auch sein, dass er nur zwei irgendwie hat Und das war's Puh Wir haben es verteidigt, Leute Und das von die Zomis am Anfang so uns überrannt haben Und wir in der Unterzahl waren Na ja, schauen wie viele Punkte wir eingeladen haben 13.315 Es ist für mein Verhältnis gut 27 Kills Und Erstschlag habe ich gemacht Das habe ich gar nicht mitgekriegt Gehen wir in den Sticker laden Kaufen wir uns noch ein Legends of the Non-Pack Laser Beans Sternenüberspringer So, hier können wir auch mal drauf gucken Boah, ist okay für mich Was, haben wir noch? 12.000 Können wir noch ein deppertes Speck aufmachen Und da haben wir Noch einen Sternenüberspringer Läuft Okay, danke fürs Zugucken Und bis zum nächsten Mal beim Koali Tschüss Tschüss Tschüss